Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Frauke und ich liebe es zu stricken. Und deswegen sitze ich hier und rede über meine Strickprojekte und ab und zu auch mal über ein paar andere Sachen, wobei heute ganz klar der Fokus auf dem Stricken ist. Es ist wieder eine ganz normale Podcast-Folge. Das heißt, ich werde erst über meine fertigen Projekte erzählen, darüber sagen. Dann kommen die Works in Progress, also Projekte, die gerade in Arbeit sind und am Ende kommen die Neuanschaffungen. Und heute ist tatsächlich ziemlich viel Neues dabei. Ich war nämlich die letzten drei Wochen, dreieinhalb Wochen nicht zu Hause, im Urlaub und habe neue Projekte angefangen und sehr wenig an meinen alten Projekten gearbeitet, weil ich die in der Regel alle nicht mit in den Urlaub genommen habe. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal sofort an. Und zwar würde ich vorschlagen, wir fangen mit dem ersten fertigen Objekt an. Das habe ich auch gerade an. Genau, ich finde es sehr schön. Und zwar ist das der Sonja-Sweater von Petite Knut. Ich habe ihn in der Größe S gestrickt mit 4,5 Millimeter Nadeln. Eigentlich wären 5 Millimeter empfohlen. Ich habe aber mich für 4,5 Millimeter entschieden und ich liebe den Pullover. Also ich finde ihn wirklich unglaublich schön. Das ist so genau der perfekte Oversize-Pullover, den man sich einfach noch mal kurz überwirft und dann hat man aber schon was Selbstgestricktes an. Und ich stehe mal auf und versuche euch das zu zeigen. Und zwar habe ich den so ein bisschen cropped gemacht, wobei eigentlich ist er ein bisschen gewachsen. Also eigentlich ist er nicht wirklich cropped erst so. Hier sind meine Hüftknochen. Genau. Hat ein relativ langes Rippenbündchen. Rippenbündchen unten ganz normal. Eins rechts, eins links gestrickt. Die Ärmel haben auch das Rippenbündchen. Eigentlich sollten die Ärmel ein bisschen länger... Also das Bündchen sollte länger gestrickt werden. Das wäre mir dann aber zu lang gewesen. Also ich habe dann das Bündchen genauso lang an den Ärmeln wie am Rumpf gestrickt und es hat dann auch gepasst. Weil normal sollte hier das Bündchen noch zwei Zentimeter länger gestrickt werden. Aber ich finde das eh schöner, wenn das so gleich ist. Also wenn Ärmelbündchen und Rumpfbündchen gleich sind. Die habe ich dann mit 4 mm Nagen gestrickt und habe alles italienisch abgekettet. Und ich finde das sieht sehr schön aus. Also wenn man da jetzt mal so ein bisschen hinguckt. Italienisch abketten ist einfach schön. Kann man gar nicht anders sagen. Ja, was habe ich sonst gemacht an dem Pullover? Ich habe irgendwie... Also hier sind ständig irgendwie Haare von mir in dem Pullover drin. Ich fische schon sehr viele aus. Ich habe das Halsbündchen mit... Auch mit 4 mm gestrickt, obwohl es eigentlich noch mal eine Nadelstärke... Also wenn man den Pullover mit 5 mm gestrickt hätte, hätte man das mit 4 mm stricken sollen. Und dadurch, dass ich mit 4,5 gestrickt habe, sollte das dann ja eigentlich 3,5 sein. Ich habe es aber trotzdem mit 4 mm gestrickt. Ich finde, dass es... Also es könnte ein Ticken länger sein. Und ich glaube, dass ich hier noch so ein Gummiband einnähen werde, weil ich da schon ein bisschen Angst habe, dass es sich ein bisschen ausleiert. Aber meine Sorge war ja, dass es sich so umklappt wegen der Abschlagkante und das macht es gar nicht. Also es bleibt sehr schön hier in Position. Aber ich glaube, ein Gummiband würde da auf jeden Fall nicht schaden. Gestrickt habe ich aus der Kremke Reborn Wool Recycled in der Farbe... Ich weiß gar nicht, wie die Farbe ist. Ich habe auch kein... Kein... Wie heißt denn das? Banderole. Ich habe keine Banderole mehr von der Rolle. Ich habe 600 Gramm hier gekauft, weil in der Anleitung 600 Gramm für Größe S empfohlen wurde. Und ich habe 500 Gramm nur verbraucht und ich habe noch so viel übrig. Ich dachte erst, ich müsste noch das sechste Knolll anbrechen, aber dann hat es doch noch gereicht. Also ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind. Vielleicht vier oder so. Drei, vier Gramm. Und das heißt, ich habe jetzt noch ein komplettes Knolll übrig und weiß nicht so recht, was ich damit machen soll. Mal gucken, ob ich da irgendwie so ein ein Knollprojekt finde. Also 100 Gramm Knoll habe ich noch. Und 100 Gramm haben 200 Meter. Und das ist eigentlich eine ganz coole Wolle. Die ist wirklich super günstig. Also da kostet glaube ich 100 Gramm Strang 6 Euro. Und das ist alles recycelt. Also es sind 60 Prozent Wolle, die recycelt ist, und 40 Prozent andere Materialien. Das kann Polyester, das kann Viskose, das kann Nylon sein. Also das ist alles möglich. Und die Wollanteile und der Fremdanteil, sage ich jetzt mal, das ist auch nicht immer genau gleich. Also es kann auch sein, dass mehr Wolle drin ist, weniger als niederen. Aber es kann auch sein, dass es zum Beispiel 80, 20 sind rein theoretisch. Weil das halt eben alles recycelt ist. Ich bin mit der Wolle zufrieden. Die fühlt sich angenehm an. Die ist jetzt nicht super weich, aber auch nicht wirklich rustikal. Also ich kann sie gut einfach so... Ich habe jetzt eh noch was drunter. Aber eigentlich kann ich sie gut. Also hier am Nacken. Am Nacken. Am Dekolleté. So. Es ist angenehm, sie auch direkt auf der Haut zu tragen. Also ich glaube, das wird kein Problem sein. Und er ist genau so die perfekte Größe von Oversized, aber nicht zu groß. Also ich bin wirklich super, super zufrieden. Und ich würde ihm eine 4,75 von 5 Sternen geben. Das Einzige, aber das ist ganz klar mein Fehler und nicht der von Petit Nitt. Ich hatte sehr Probleme hier mit meinen rechten und linken Maschen. Und das ist mir aber nicht aufgefallen, bis ich schon relativ viel vom Körper gestrickt hatte. Und dann wollte ich nicht nochmal alles wieder aufmachen. Also ich weiß nicht, wie gut man es jetzt auf der Kamera sieht. Man merkt, dass meine linken Maschen lockerer sind als meine rechten. Ich glaube, man sieht es nicht so doll. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich habe nämlich versucht, diese Fotos, die Petit Nitt gemacht hat, nachzustellen. Weil wir auch am Meer waren. Aber ich habe es nicht gut hinbekommen. Und auf den Fotos sieht es viel extremer aus, als es in echt ist. Also falls ich hier nochmal ein paar Fotos einlende. Also in echt sieht man das nicht so stark, dass es unterschiedlich ist. Aber man sieht schon, dass es da, dass es ein bisschen anders ist. Und da habe ich jetzt auch gleich im nächsten Projekt. Gut, mich verbessert. Beziehungsweise ich arbeite daran, mich zu verbessern. Damit es ein bisschen schöner aussieht. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu dem Projekt zu sagen. Ich bin wirklich zufrieden. Also ich finde es wirklich sehr schön, den Pullover. Es wird eine sehr Petit Nitt-lastige Episode. Also drei Anleitungen sind von Petit Nitt. Nummer eins. Dann das zweite, das zweite, das zweite, das zweite fertige Objekt. sind gleich zwei. Und zwar sind das die Penny Gloves. Die hatte ich auch schon angekündigt, dass ich die stricken werde. Und das habe ich auch gemacht. Und sie sehen schon ein bisschen zerknittert aus, weil ich sie schon oft angehabt habe. Also sie sind nicht ganz frisch von den, ganz frisch gewaschen. Aber ich bin super zufrieden mit ihnen. Ich hatte die schon mal gestrickt. Anfang des Jahres war das, glaube ich. Und habe sie dann nach einer Woche verloren und war sehr traurig darüber. Und jetzt habe ich sie nochmal gestrickt. Aus der gleichen Wolle. Und zwar ist das Komo von La Mana. Die Farbe weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe auch keine Mandorode mehr. Vielleicht sollte ich die mal aufheben. Aber ich kann es sonst noch einblenden. Und die haben wirklich ganz genau 25 Gramm gebraucht. Also das ist ein Knäuel, hat 25 Gramm und ich habe ein Knäuel verbraucht. Und es war wirklich komplett bis ans Ende. Also ich dachte schon, dass es nicht reicht. Also ich hatte, glaube ich, also ich habe hier abgekettet. Und nach der letzten Masche hatte ich genau so viel noch übrig, um es dann zu vernähen. Also ja, im Nachhinein würde ich sie vielleicht ein bisschen, also hier das hier kürzer stricken. Und dafür hätte ich das hier ein bisschen länger gestrickt. Weil das, also das ist schon sehr lang. Und hier hätte es noch einen Ticken länger sein können. Also jetzt ist es gerade genau so hier an der breitesten Stelle. Und es rutscht öfter mal so nach oben. Und ich glaube, in der Anleitung geht es ja auch bis hier. Also bis zu den Knöcheln oder bis zu den Gelenken. Ja, so. Und ich habe eigentlich hier diese, ja, Länge gestrickt, wie es in der Anleitung steht. Aber es hätte noch ein bisschen länger sein können. Aber im Nachhinein war es gut, dass es nicht länger war. Weil dann hätte ich nicht genug Wolle gehabt. Beziehungsweise ich hätte noch ein zweites Knäuel gehabt. Das wäre aber eine andere Farbpartie. Und das war auch so leicht unterschiedlich. Das hätte man schon gesehen. Deswegen bin ich auch so zufrieden. Und ich mag sie aber wirklich gerne. Und ich ziehe sie gleich wieder aus, weil sie nämlich sehr warm sind. Also dadurch, dass dann hier dieser Pulsaderbereich warm gehalten wird, bringt das echt richtig viel. Ich dachte nicht, dass es so viel bringt. Aber die sind wirklich super. Und mit denen bin ich sehr zufrieden. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Sophie Scarf. Äh, Sophie Scarf. Penny Gloves. Und ich habe nämlich auch schon den Sophie Scarf mir gestrickt. Aus der gleichen Wolle. Und das ist natürlich jetzt schön, wenn ich da passenden Sophie Scarf und passenden Penny Gloves habe. Und auch den Sophie Scarf, den trage ich super viel. Also, den habe ich mir Anfang des Jahres, ich glaube im Februar, gestrickt. Und ich dachte nicht, dass das sowas ist, was ich wirklich so oft brauche. Ich habe nämlich relativ oft Halsschmerzen. Und da ist das einfach super, weil der schön leicht ist und nicht so klobig wie so ein riesengroßer Schal, aber warm hält. Also der ist wirklich super. Und jetzt mit den beiden dazu. Ist natürlich nochmal schöner. Dann, das dritte fertige Objekt ist ein kleiner Gastauftritt. Und zwar ist das nämlich nicht von mir hergestellt worden, sondern von meiner Mutter. Ich hatte Geburtstag. Und das hat sie mir dann zum Geburtstag geschenkt. Und zwar habe ich öfter mal gesagt, dass ich gern für mein iPad eine Hülle hätte. Weil ich das relativ oft in meinen Rucksack stecke. Und ich habe zwar schon so eine Schutzhülle, aber ich hätte gern noch einmal was, was es nochmal besser einpackt. Und dann hat sie mir eine iPad-Hülle gehickelt. Und zwar ist das diese hier geworden. Also ich wusste, dass sie das macht, weil ich mir die Farben vorher ausgesucht habe. Und ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Es ist tunesisch gehickelt. Ich habe keine Ahnung von häkeln. Aber ich weiß, dass es tunesisch gehickelt ist. Und dass es, glaube ich, mit elf machen muss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne. Neun, zehn. Vielleicht sind es auch zehn. Ich kann das da nicht auseinanderhalten. Und ich weiß, dass man dann eins häkelt und dann häkelt man die zwei. Und dann häkelt man so die drei und dann die vier. Also es wird immer so gehickelt. Und das finde ich lustig. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber das ist die iPad-Hülle geworden. Mit auch einem selbst gehickelten Knopf. Und es ist aus ganz normaler Baumwolle gestrickt. Und die ist auch relativ fest gestrickt. Und wird dann hier oben umgeschlagen, damit man das iPad gut reintun kann. Das Einzige, was so ein bisschen, was wir bemerkt haben und was man aber auch irgendwie nicht verhindern kann. Also es verzieht sich so ein bisschen. Also der hier, die Klappe, die hat immer das Bedürfnis, so zur Seite zu rutschen. Und man kann es wieder zurückziehen. Aber es hat sich so ein bisschen verzogen. Und wir haben es schon gebügelt. Das hat aber auch nicht geholfen. Also es hat ein bisschen geholfen. Aber wenn das iPad drin ist, dann fällt das eigentlich kaum noch auf. Also das wird, glaube ich, etwas sehr Praktisches werden. Was ich sicherlich oft benutzen werde. Und welche, genau welche Baumwolle sie benutzt hat, das weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass sie sogar gesagt hat, dass sie die irgendwann mal bei Amazon bestellt hat. Weil das so ein Paket war. Mit ganz vielen verschiedenen Farben. Aber ich weiß es nicht genau. Ja. So, dann begeben wir uns jetzt in das Terrain der Projekte in Arbeit. Da habe ich drei Stück. Ich habe eigentlich meistens drei Stück. Wobei, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich habe drei im Urlaub angefangen. Und ich habe aber noch zwei hier zu Hause. Das ist einmal diese My Honey Vest. Und dann die Socken, diese dickeren Socken in die K-Stärke, die ich jetzt gerade noch stricke. Die nehme ich jetzt heute nicht mit in den Podcast auf, weil ich eigentlich seit dem letzten Mal nicht reingearbeitet habe. Also ich glaube, bei der Weste habe ich zwei reingestrickt. Und das muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Deswegen gibt es heute ganz viele neue Projekte. Und wir fangen gleich hier mit dem ersten an. Oh, jetzt ist die Wolle runtergefallen. Und zwar ist das, oder soll das eine Mütze werden. Und das soll der, oder die August, also August-Mütze von Sari Nordlund werden. Die hat ein relativ langes Rippenbündchen, das dann umgeschlagen wird. Und dann ein Zopfmuster hier oben drauf. Und ich habe mit dem Zopfmuster angefangen. Aber, jetzt zeige ich es euch erstmal. Also so, das ist jetzt auf einer relativ kleinen Rundstricknabel. So sieht das Zopfmuster aus. Man sieht es wahrscheinlich kaum. Und das ist genau auch mein Problem mit der Wolle. Sie ist mir doch zu dunkel. Also, ich benutze die Wolle von der Schäfereigenossenschaft Finkhof. Die habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Und es ist 100% reine Schafschow-Wolle. Und das ist echt eine Herausforderung gewesen bei dieser Wolle, weil, also nicht, dass es Schafschow-Wolle ist, sondern diese Banderole, weil einfach keine Informationen draufstehen. Also, es steht nicht drauf, was die Lauflänge ist. Es steht nicht drauf, welche Nadelstärke empfohlen wird. Und wenn man auf der Internetseite guckt, also, ja, hier ist dieses Etikett drauf. Und das habe ich gesehen. Und hier steht dann ja immerhin reine Merinowolle. Wobei, ich weiß nicht, dafür ist sie schon wieder relativ pratzig. Aber da stand auf den anderen Etiketten nicht drauf. Also, auf den anderen Banderolen war nicht dieses Etikett drauf. Und wenn man dann nur auf die Internetseite geht und dann die Wolle anguckt, dann gibt es einmal diese reine Schafschow-Wolle. Und das ist eigentlich eine ganz andere Lauflänge als diese Merinowolle. Und diese Schafschow-Wolle, die wäre dicker gewesen. Und deswegen habe ich mich für diese Mütze entschieden, weil ich dachte, die ist ja dicker. Und dann würde das gut mit der Maschenprobe übereinstimmen. Oder halt mit dem, was in der Anwaltung empfohlen wird. Und die Merinowolle, die hat aber 300 Meter auf 100 Gramm. Und das ist halt eine Sportstärke. Die ist deutlich dünner als das, was in der Anleitung empfohlen wird. Aber es ist trotzdem sehr dienbar. Und ich glaube, dass es trotzdem gut passen wird. Ich habe ja Angst, dass sie jetzt sogar zu groß ist. Was aber eigentlich widersprüchlich ist. Weil eigentlich ist die Wolle ja dünner. Naja. Jedenfalls wird dieses Bündchen hier in drei Millimetern mit drei Millimetern gestrickt. Und dann das Zopfmuster mit 3,5 Millimetern. Und das ist die einzige kleine, so wirklich kleine Rundstricknadel, die ich habe. Sonst stricke ich alles mit Magic Loop. Und das sind diese wirklich kurzen Nadeln. Weil ich relativ viele Mützen mit 3,5 Millimetern stricke. Aber ich weiß nicht, ob ich es so angenehm finde. Weil Also die Nadeln sind für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu kurz. Aber man kann sich dran gewöhnen. Naja. Jedenfalls finde ich, dass man hier die Zöpfe zu wenig sieht. Und da frage ich mich dann, warum ich mir da so viel Arbeit machen sollte. Wenn man es ja gar nicht sieht. Ich habe aber noch diese Farbe hier. Mit der gleichen Wolle. Und ich glaube, ich werde das jetzt, was ich bis jetzt habe. Das sind ja nur 4, 5 Reihen. Mit dem Zopfmuster aufribbeln. Und dann nochmal das in der Wolle probieren. Ich glaube, ich werde nicht das Rippenmuster aufribbeln. Sondern das beides passt eigentlich ganz gut zusammen. Sondern dann nur das Zopfmuster in der helleren Farbe strecken. Und dann mal gucken, ob mir das gefällt und wie das zur Geltung kommt. Und zur Not, wenn es mir immer noch nicht gefällt. Also wenn mir die Mütze danach nicht gefällt, dann kann ich sie immer noch verschenken. Die Wolle ist sehr rissig. Das kann aber auch sein, dass sie schon sehr also dass es daran liegt, dass sie schon sehr, sehr lange bei mir im Schrank ist. Also ich glaube, ich habe die jetzt schon 4 Jahre. Und die ist an manchen Stellen schon sehr dünn geworden. Und beim Aufwickeln ist sie dann oft gerissen. Aber die ist super, um sie einfach mit ein bisschen Feuchtigkeit wieder aneinander zu filzen. Also das funktioniert wirklich einwandfrei. Das habe ich hier gemacht und hier dann auch. Also die war nicht so schwer. Also die hat sich weniger gerissen als die hier. Aber auch da habe ich das einfach miteinander gefilzt. Und das hat wieder gut gehalten. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe mir es schöner vorgestellt. Vielleicht trübele ich es auch ganz auf. Aber eigentlich ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht trübele ich es auch ganz auf. Ich bin mir sehr unschlüssig. Also ihr könnt mir gerne schreiben, ob ich es nochmal... Vielleicht probiere ich es hiermit. Und wenn mir das dann auch nicht gefällt, dann rüberle ich sie ganz auf. Ich glaube, das ist der. Das ist der Plan. Und ich würde sie auf jeden Fall einen Mustersatz kürzer stricken, weil die hat in der Original-Einleitung hier ziemlich viel Luft. Und das mag ich nicht. Also ich mag das gerne, wenn Mützen eng anliegen. Und ich habe ja eigentlich wahrscheinlich jetzt schon ein Drittel der Mütze. Also so viel ist es nicht mehr. Ja. Und das Zopfmuster ist auch super einfach. Und eigentlich sollte man italienisch anschlagen. Das habe ich aber nicht gemacht. Das war mir zu viel Arbeit. Ich habe das noch nie gemacht. Und dadurch, dass ich das auch im Urlaub, ich glaube, im Zug habe ich das angeschlagen, da wollte ich mir dann nicht im Zug noch irgendwie ein Video angucken, wie man italienisch anschlägt. Aber ja, also mit dem Projekt bin ich nicht so ganz zufrieden. Also ich habe es jetzt mal aufprobiert und es ist wirklich schon sehr groß. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Wieso das so groß ist? Weil die Wolle ja dünner ist. Also mal schauen, was mit der Mütze passiert und ob ihr sie in der nächsten Podcast-Folge wiedersehen werdet. Ich lasse mich mal überraschen. So, dann kommen wir zum zweiten Projekt, an dem ich gerade arbeite. Das ist nicht spannend. Also, nee, eigentlich nicht, aber vielleicht. Und zwar, oh, jetzt habe ich hier Maschen verloren. Und zwar ist es ein paar Socken oder beziehungsweise jetzt ist es noch eine Socke, an der ich gerade stricke. Das ist eine Socke für meinen Partner. Er hat sich auch die Wolle ausgesucht. Und zwar zu der Wolle. Das ist auch eine Neuanschaffung. Wir waren nämlich auf Föhr für ein paar Tage. Also erst auf Föhr und dann waren wir noch auf einer Halleck. Und auf Föhr gibt es ein Wollgeschäft. Also beziehungsweise zwei Wollgeschäfte. Wir waren in dem Geschäft, das heißt auch wirklich Föhrer Wolle, die verkauft handgefärbte Wolle, die sie auf Föhr selber färbt. Und dann verkauft sie auch noch Wolle von Schafen, von Föhr, die sie auch noch selber spinnt, verspinnt und dann auch noch selber färbt. Oder auch ungefärbt verkauft. Da habe ich mir auch die Wolle angeguckt. Ich habe dann nur die handgefärbte Wolle gekauft. Da habe ich dann noch zwei Knollen. Die zeige ich euch dann noch am Ende bei den Anschaffungen. Das hier ist das Paar Socken. Ich stricke mit 2,25 mm Nadeln und habe... Jetzt muss ich mir überlegen, wie viele Maschen ich angeschlagen habe. Ich glaube, ich habe 68 Maschen. Ja, ich habe 68 Maschen angeschlagen, habe dann 17 Reihen, zwei rechts, zwei links gestrickt. Ich merke mir das dann immer so. Ich stricke eigentlich in der Regel das Bündchen immer so lange, wie Maschen auf der Nadel sind, also Maschen auf einer Nadel. Und dadurch, dass es hier 17 Maschen pro Nadel sind, habe ich 17 Reihen das Bündchen gestrickt. Zwei rechts, zwei links. Das ist sehr schön geworden, finde ich. Muss man ja selber mal sagen. Und dann stricke ich jetzt einfach glatt rechts. Ich hatte ihm auch so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten gezeigt, ob er irgendwas mit Muster möchte. Hätte ich ja auch ganz nett gefunden, weil es mir ein bisschen spannender gewesen zu stricken. Aber das wollte er nicht. Er wollte ganz, ganz, ganz gewöhnliche Socken haben. Deswegen kriegt er jetzt die hier. Und das ist die Wolle, die ist jetzt schon aufgewickelt. Ich weiß nicht, wie dimensional oder wie viel von der Farbe man jetzt sieht. Das ist einfach ganz viele verschiedene Blautöne. Und die sieht auch wirklich sehr schön aufgestrickt aus. Ich habe eigentlich nie das Problem mit der zweiten Socke, dass ich die stricke. Weil Socken für mich immer mein Unterwegsprojekt sind. Also ich habe auch in der Arbeit oder wenn ich so unterwegs bin, nehme ich immer ein paar Socken mit. Und oft bin ich dann sogar ein bisschen traurig, wenn die zweite Socke dann fertig ist. Weil dann muss ich mir wieder Gedanken machen, was ich dann als nächstes stricke, welche Socken. Deswegen ist das hier in meiner kleinen grünen Tasche mit der Nadel. Und das ist mein Unterwegsprojekt. Und jetzt kommen wir zum dritten Projekt. Und das ist gerade das größte Projekt, an dem ich stricke. Und zwar habe ich ja im letzten Podcast von den Strickjacken erzählt und von meinem Dilemma, dass ich nicht weiß, welche ich stricken soll. Und dann habe ich angekündigt, dass ich den Akneetikardigen stricken werde. Ja. Und was habe ich angeschlagen? Den Champagne-Kardigen. Ich habe mich dann doch gegen den Akneetikardigen entschieden, weil mich die Wolle einfach noch nicht so richtig überzeugt hat. Und es haben zwar einige gesagt, dass die grüne so schön ist und ich finde auch immer noch, dass die grüne so schön ist. Aber ich glaube, dass der Akneetikardigen auch mit einem Farben Mohair einfach noch besser aussieht. Und ja. Irgendwie hat mich da irgendwas davon abgehalten. und dann bin ich nochmal in mich gegangen und dann habe ich mir die neuen Farben von der neuen Wolle von Drops angeguckt, von Drops Daisy und dachte mir, ach, dann probiere ich die doch mal aus. Und dadurch, dass der Champagne-Kardigen mit einem Faden Decay-Stärke und einem Faden Mohair gestrickt wird, hat das dann perfekt gepasst und dann habe ich mir die Wolle von Drops gekauft. Und zwar ist das einmal Drops Daisy in der Farbe Marzipan. Das ist die Farbe 02. Und Drops Kitzilg auch in der Farbe Marzipan. Das ist hier die Farbe 56. Und die beiden sind perfekt zusammen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe manche gehört, die sagen, dass das Marzipan ein bisschen zu dunkel ist. Und ich finde das eigentlich schön, dass es wirklich so ein ganz klare, ja, wirklich so ein Cremefarben. Also es ist wirklich so Cremefarben und das Mohair passt perfekt dazu. Und es ist super weich. Deswegen habe ich sehr Angst, dass die Jacke sehr stark pillen wird. Aber vielleicht hält das Mohair das noch ein bisschen besser zusammen. Und das sind wirklich 100 Gramm, äh, 50 Gramm mit 100% Wolle. 50 Gramm haben 110 Meter. So. Und es wird eine 4 Millimeter Nadel entspohlen. Es ist auch nicht super wursch behandelt. Und hier sind es 75% Mohair und 25% Seide. Also auch super schön. Und da haben 25 Gramm 210 Meter. Also so eine ganz klassische Mohair-Länge. Und die beiden verstricke ich hier zusammen. Ich habe insgesamt, ich glaube, 11 Knoll Daisy und 5 oder 6 Knoll Kitzilg. Also ich habe mich einfach an den, an die Angaben gehalten, die in der Anleitung empfohlen werden. Und so weit bin ich gekommen in den letzten, ne? zwei Wochen habe ich eigentlich nur daran gestrickt, also in den letzten zwei Wochen. Ich habe gestern getrennt für die Ärmel und den Rumpf und stricke jetzt den Rumpf. Ich habe aber wirklich noch nicht viel. Und diese Strickjacke hat mich sehr herausgefordert, weil ich ja sehr Probleme mit meinen linken Maschen hatte. Und so eine Strickjacke ist ja nur in Reihen mit rechten und linken Maschen gestrickt. Und ich hatte erst angefangen, aber da hat mir es nicht gefallen. Dann habe ich eine Maschprobe gemacht und habe da eine andere Technik probiert. Und zwar heißt die Combined Knitting. Da werden die linken Maschen so ein bisschen anders gestrickt und dafür muss man die rechten Maschen dann rechts verschränkt stricken, damit das ein glattes Maschenbild ergibt. Und habe damit auch meine Maschenprobe gemacht, war aber immer noch nicht so ganz zufrieden. Also es hat mir nicht so gut gefallen. Also man hat es immer noch so leicht gesehen. Dann habe ich mich im Internet schlau gelesen und da wurde manchmal empfohlen, dass man dann die Nadeln tauscht. Also dass man in Hinreihen mit einer 4,5 mm Nadel strickt. Also hier für die Anleitung war 4,5 mm gefordert. Und dann in den Rückreihen mit 4 mm strickt. Das habe ich dann auch probiert. Das hat mir aber auch nicht gefallen. Also da hatte ich dann auch schon vielleicht so viel gestrickt gehabt. Also das hier und habe so ein schweren Herzens nochmal aufgeribbelt, weil mir das auch nicht gefallen hat. Und dann habe ich mir ein Video angeguckt. Noch ein Video. Das war auf Englisch und das war nach der Es hieß irgendwie, wie ihr eure Fadenspannungsprobleme für immer löst oder so. Das war auch nur super kurzes Video. Ich mag das immer gern, wenn so Anleitungsvideos nur so ganz kurz sind. Nur so 2, 3 Minuten und nicht 10 Minuten, weil die Technik ist ja oft schnell erklärt. Und das hat einen Hinweis gegeben, dass man wirklich versucht, alle Maschen nur hier vorne mit der Nadelspitze zu stricken und hier den Faden rumzuwickeln, wenn man strickt und nicht hier hinten. Und ich mache das schon manchmal, dass ich ihn eher hier hinten rumwickele und nicht hier vorne. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Und tatsächlich funktioniert das sehr gut. Also man sieht, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich glaube, man sieht es nicht nur ganz leicht. Also hier hatte ich dann nochmal so ein bisschen, ich würde sagen, bin ich etwas rückfällig geworden. Also hier in dem Bereich. Ja, man sieht es glaube ich ein bisschen, aber man sieht es wirklich nicht mehr so doll. Ich glaube, je mehr ich stricke, desto mehr hängt sich das dann auch aus. Und sonst ist das Maschenbild, also wenn man jetzt gerade hier den Ärmel anguckt, wirklich gut. Also ich bin ganz begeistert und es ist auch sehr, sehr fest. Also es ist schon eng gestrickt, aber es gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr schön aussehen wird, wenn die Jacke fertig ist. Und das einzige Problem, was dann dabei ist, also ich stricke dann extrem fest. Also man soll ja auch fester stricken. Und ich merke, dass da mir echt meine Daumen wehtun. Also ich habe gestern nicht viel gestrickt. aber meine Daumen, also mein Daumen merke ich schon sehr. Ich glaube, da muss ich heute mal entweder gar nicht stricken oder nur irgendwas stricken, was ich nicht so fest stricke. Gerade bei den Rückreihen, also gerade bei den Linken Reihen ist das schon sehr extrem. Da merke ich ist das wirklich gut, dass ich öfter auch während der Reihe Pause machen muss. Ich bin aber auf jeden Fall sehr froh, dass ich jetzt endlich hier getrennt habe, weil diese Reihen waren so ewig lang. Also ich war, ich habe mich irgendwann mal getimt, da war ich noch nicht am Ende und da habe ich pro Reihe, ich glaube für die Hinreihe neun Minuten und für die Rückreihe zehn Minuten gebraucht. Also für eine Reihe und es sind ja immer mehr Maschen geworden. Also ja, so Raglan-Sachen sind zwar schön und gut, aber wenn sie dann, also diese ganzen Maschen, das macht einen ja wahnsinnig irgendwann. Und dann wird auch noch alle paar Reihen hier vorne zugenommen. Ich glaube hier sieht man es ganz gut, weil da sind die Maschenmarkierer drin, um dann den V-Ausschnitt zu formen und es sind immer mehr Maschen geworden und jetzt freue ich mich sehr, dass das hier fertig ist. Ich will es mal anprobieren, ob mir das gut gefällt und ob ich von der Passform und von der Weite her zufrieden bin. Ich stricke Größe S und dann werde ich sie mal jetzt anprobieren, gucken, ob sie mir gut passt und ob sie mir gefällt von der Form her und wenn das der Fall ist, dann werde ich vielleicht auch einfach schon mal einen Ärmel stricken, weil der ist dann ja nur in Runden gestrickt und dann kann ich meinen Daumen etwas schonen, hoffe ich zumindest. ich habe die zwei Knäuel hier gerade noch da dran, aktuell ist das glaube ich das dritte Knäuel Daisy, was gar nicht so viel ist, vielleicht ist es auch das, ich glaube es ist wirklich das dritte und dafür bin ich dann schon relativ weit gekommen und das zweite Knäuel Moher habe ich gerade und ich bin wirklich gespannt, also ich freue mich, dass es jetzt weniger Maschen sind auf der Nadel, ich glaube, dass also hier am Ende wird am Kragen und dann am Nacken lang und hier als Bündchen das im Doppelstrick da arbeitet und ich glaube, dass das nochmal sehr viel Zeit fressen wird, da einmal komplett hoch und hinten lang damit Doppelstrick zu arbeiten, das wird glaube ich nochmal zeitintensiv, aber ich bin super zufrieden, ich mag die Farbe auch total gerne, das ist sowas superklassisches und ich glaube, die steht mir auch gut, die Farbe. Genau. So sieht es da aus, ich bin aber sehr zufrieden, also es macht mir sehr Spaß daran zu stricken, nein, das ist gelogen, es macht mir keinen Spaß daran zu stricken, es macht Spaß zu sehen, wie es wächst. Also das ist ganz klar hier ein, man kann ja so unterscheiden, ob man das strickt, wenn man da so Spaß dran hat oder wenn man sich ab das fertige Objekt freut und hier ist es ganz klar ein fertiges Objekt. Also hier freue ich mich auf das fertige Objekt und nicht auf den Prozess. Naja, was soll's. Wenn er dann hoffentlich fertig ist, irgendwann, wird er sicherlich sehr, 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 sehr schön werden, der Cardigan. Aber jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil und zwar den Neuanschaffungen. Ich habe hier einmal, aber das habe ich ja schon gezeigt, Top's Daisy und Top's Kitzel. Ich habe insgesamt für alles zusammen 60 Euro bezahlt, also mit Versand, 60 Euro. Ich weiß nicht mehr, wie teuer was war. Ich habe es auch im gleichen Shop bestellt und der Versand hat also verhältnismäßig relativ lange gedauert. Also ich glaube, der Versand hat ungefähr so eine Woche vom Bestellen bis es angekommen ist gedauert. Was jetzt auch nicht super lange ist. Aber bei Maschenfeind, da bestelle ich öfter mal, da geht der Versand ja wirklich super, super unglaublich schnell und hier hat er halt verhältnismäßig im Vergleich lange gedauert. Aber die Wolle ist angekommen, ist alles eine Partie, habe ich überprüft und sie sieht sehr schön aus. Und dann habe ich noch zwei Knäuel, die ich noch zeigen kann. Ich habe gar nicht so viel Wolle mit mir gekauft. Ich dachte, im Urlaub würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr Wolle kaufen, aber es gab dann gar nicht mehr, was mich angesprochen hat beziehungsweise wir waren dann noch auf einer Hallig und da hatten sie einen kleinen Hallig-Laden und da wurde auch Wolle verkauft und da wurde auch Wolle von den Schafen von der Hallig verkauft, aber das, also das fand ich cool, aber ich wusste dann gar nicht, was ich damit machen sollte, weil das auch sehr halt handgesponnene Wolle war, die teilweise sehr dünn, sehr dick war und dann verhältnismäßig teuer, also ich glaube 100 Gramm haben 27 Euro gekostet oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall, dafür war es mir dann zu viel, dass ich nicht weiß, was ich dann damit machen soll. Und sie hatten andere Wolle, die zugekauft war und die war wirklich super, super schön von Seilers, heißt der, der Händler und die war wirklich, also sie hatten so einen Braun, das war so schön, das war wirklich das perfekte Braun und das ist also so ein richtig schön warm, goldenes Braun und auch ungefärbt und da war ich schon ein bisschen in Versuchung, aber die haben auch einen Online-Shop und dann dachte ich mir, dann kann ich auch genauso gut einfach da dann online das bestellen und man kann es auch von dem kleinen Laden, also der kleine Hallig-Laden hat auch einen Online-Shop und da kann man auch online die Wolle bestellen, das heißt, man kann dann ja auch trotzdem noch den Laden unterstützen. Da habe ich dann keine Wolle gekauft, nur auf Föhr habe ich die Wolle gekauft und da habe ich dann insgesamt drei Knäuel gekauft, das eine blaue habe ich euch ja schon gezeigt und dann habe ich noch diese beiden gekauft, das ist hier ein bisschen schlaff gewickelt oder es fällt so ein bisschen auseinander. Das ist das Erste und ich finde es richtig schön, also ich mag die Farben total gerne mit dem mit dem mit dem Rosa und dem Gelb und es ist aber auch so blau und lila hier drinnen versteckt, also ich glaube, dass die sehr, sehr schön wird und das ist auch eine Wolle, die hat 75% Wolle, ich glaube, es ist auch mehr grüne Wolle und 25% Nylon und sie hat gesagt, dass sie nicht superwash behandelt ist, aber dass man durch das Färben sie in der Waschmaschine waschen kann, das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen und dann habe ich mir dieses Knall noch gekauft und das hat mich sofort angesprochen, also das war ganz klar als allererstes, dass ich mir das kaufen will, weil ich mag so grün und gelb eh total gerne und das ist ja die perfekte Wolle, also so ganz viele verschiedene Farben, also verschiedene Töne, sagen wir es mal so innerhalb einer Farbe, also so dieses helle, dann fest weiß, das dunklere Grün, dann so dieses gelbliche Grün, also die finde ich wirklich super, 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 super schön und da freue ich mich darauf, die zu verstricken und ich weiß aber noch nicht genau, was ich damit stricken werde, also ich glaube hier raus werden Socken, da bin ich mir relativ sicher, weil ich glaube für alles andere ist mir das zu bunt, aber hier raus könnte ich auch eine Mütze werden oder vielleicht so ein kleines Kamisool, also hier bin ich mal gespannt, falls ihr irgendwelche Ideen habt, gerne her damit, es gibt ja auch einige YouTube-Videos, die dann berichten, was man so aus einem Knall Sockenwolle machen kann, vielleicht schaue ich mir da mal mal ein bisschen das an, das wird jetzt erstmal in mein Wollvorrat wandern und dann werde ich das erstmal glaube ich nicht rausholen und dann vielleicht im Frühjahr, weil das ja auch so ein bisschen so beides so Frühjahrsfarben sind, vielleicht werde ich das dann anpacken und ein Strang hat 14 Euro gekostet, was wirklich sehr günstig ist, also für handgefärbte Wolle ist 14 Euro pro 100 Gramm Strang, echt gut, also ein guter Preis, deswegen habe ich dann auch hier gleich die insgesamt drei Knäuel gekauft beziehungsweise ich habe die dann auch zum Geburtstag bekommen. Ja. Ich freue mich. Ich finde es sehr, sehr schön. Und jetzt schaue ich mal hier um mich herum, ob ich noch irgendwas vergessen habe oder irgendwas übersehen habe. Ich glaube nicht. Das heißt, das war es dann auch für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe überlegt, ob ich, was ich vielleicht noch mal so für Videos machen könnte und habe das schon so ein bisschen überlegt und es war ja auch mal die Frage, dass ich mein Strick-Tagebuch mal zeige. Vielleicht mache ich da ein eigenes Video dazu, weil das eigentlich ziemlich schnell gezeigt ist, aber ich muss es nach dem Urlaub noch auf den aktuellen Stand bringen. Deswegen habe ich es jetzt gerade. Heute mache ich das nicht. Und ich habe aber noch so ein paar andere Überlegungen, was ich noch machen könnte. Ich habe einen alten Pullover von mir, den ich gerne mal erneuern, also nochmal neu stricken würde, weil er mir nicht gefällt, so wie er jetzt ist. Da habe ich überlegt, ob ich euch da mit der Kamera mitnehme oder auch so ein bisschen so ein Thema, meine fünf meistgetragenen Strickstücke oder irgendwie sowas. ob ich da nochmal was mache oder meine fünf meistgenutzten handgemachten Artikel, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ob ich da nochmal so ein bisschen Videos, ein Video dazu mache, weil ich überlegt habe, ob ich das vielleicht, also einmal im Monat ein Podcast und dann vielleicht in den Wochen dazwischen, also alle zwei Wochen dann ein Video, vielleicht halt irgendwie so ein anderes Thema. Also wenn ihr da auch irgendwelche Video-Vorschläge habt oder welche Ideen, Ideen, was ihr gerne mal sehen würdet oder auch irgendwelche Fragen an mich habt, also ihr könnt mir natürlich alles fragen. Genau, also vielleicht, falls da der eine Motivation hat, was zu kommentieren, würde ich mich freuen, weil ich gerne für so Ratschläge und Hinweise dankbar bin. Genau. Das war es jetzt aber für heute und ich hoffe, ihr habt Freude gehabt, mir zuzuhören und ich wünsche euch alles Gute und bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, wünsche ich euch frohes Stricken und Handarbeiten. Tschüss!